Hallo zusammen, in diesem Video zeige ich euch die Quest Champion Lothraxion zu erledigen bei Lothraxion. Nachdem ihr die Vorquest Krieger des Lichts bei Lord Maxwell Diversus abgegeben habt, dann erscheint über Lothraxion dieses Ausrufezeichen und ihr dürft ihn für euch als Champion gewinnen. Nun zeige ich euch noch die Position, das habe ich vorhin übersehen. Das Ganze ist in Sanktum des Lichts, an dieser Position. Hier sieht man auch die Koordinaten. Hierbei ist nichts weiter zu tun, als auf Quest beenden zu klicken. Und dann habt ihr ihn schon als Champion. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Tschau.